So dass sie irgendwas geändert haben kriegst du was da im PC nicht so passt ne? Ja, das kann auch durchaus sein. Wenn schon die einzelnen Items nicht mehr gehen gescheit hier. Und auch der Spectator nicht mehr funktioniert. Dann gibt es vielleicht irgendwelche Zusammenhänge oder so. Schauen wir mal hier auf der Seite hier, ob jemand schon geantwortet hat. Ne, immer noch geantwortet. Hahaha, ja. Was denn jetzt? Naja, ich habe ja vorhin bei den Mods ein bisschen abgespeckt beim Download ne? Warte mal welche Karte ich da deabonniert habe. Ne, du hast die Karte Shigo deabonniert. Ne, ne, ich habe schon Valhalla deabonniert. Achso. Aber gerade beim Verbinden auch Valhalla ist jetzt halt ne? Achso, weil du grad testen wolltest. Richtig. Was? Ich glaube ich habe ja was gefunden. Wo bist denn? Ach stimmt, ja gut. Hat er die dann komplett gelöscht? Ja gut, dann muss ich eh nochmal updaten, egal wie wieder. Ich hole mir mal kurz die Stimmung, Bäris, wenn ich in eine Hülle reingehe. Da gibt es dann bestimmt, ähm. Dann gibt es dann bestimmt. Und... Aber, warte mal. Aufmountain auf Höhlen. Aber nur auf Flugviecher, gell? Ist glaube ich das Ding, gell? Nicht auf Katzen und sowas. Soll ich, wo mir das grad bewusst wird, hier der... Der... Der Text hier. Ja, da picke ich mir dann halt mal einen Tag, wo ich irgendwie unterwegs bin und dann lad ich den Kram mal komplett neu. Wie... Wie groß ist? Wann hat er schon einen Gigabyte, oder? Wann hat er schon zwei? Wann hat er sind zwei? Ach Gott. Achso, geht nur mit dem Flieger. Okay. Laut Karte 42... 42, 18. Dann schau ich mir das mal so an. Ich dachte, ich fliege gleich mit dem Ding los. So. Das passt grad perfekt, der Follow zum Bild hier. Wheat Beats. Danke dir für deinen Follow. Willkommen. Thanks for your Follow. Willkommen. Willkommen. My friends. Was hast du gesagt? Ähm... Anhaltspunkt... 42, 18. Okay, 18 bin ich schonmal. Ich bin mal nochmal im Blub gehabt. Okay. Achso. Aber 42, 18 ist doch eigentlich direkt hier? Was ist hier? Was ist das? Das ist M. Achso. Ihr könnt doch einfach mal abgeben. 42, 18... Okay, jetzt reicht doch schonmal der Ansatz. Jetzt wird es ja dunkel. Ist auch nicht so wirklich toll. Achso. Schwebst du mit deinem Quäseline, oder? Das ist echt direkt bei unserer Base. Ha! Wer ist denn das gefunden? Jetzt wo man es so sieht, ne? Problem ist, der... Der ist halt passiv. Ja, Sergeant Hamster, grüßte. Willkommen. Wow. Okay. Fucker. Ja, Bilibi hat den neuen Ice Cave gefunden. Den suche ich schon seit guten drei Stunden hier. Danke, Bilibi. So geil. Müsste der sein. Äh, ich brauche eine Fackel. Eine Torch. Ein Wood, ein Finanzen, da bin ich natürlich gar nichts dabei. Wie, das Problem ist, wie schau ich in der Hülle was zu sehen und gleichzeitig eine Waffe in der Hand zu haben. Gar nicht. Wow, ich sehe ja gar nichts. Doch, das ist sie. Krass. Ja, ja, es ist mir ist kalt. Ich werde mir... Ich kann doch jetzt nicht die Dinge anziehen. Ich brauche irgendwas gegen Kälte. Ja, ich habe noch nie so einen Minerhelm gehabt, glaube ich. Wow. Ich brauche das. Die Klowers waren in der Klowers die Türen haben, wo sie einen Griff haben und das ist die Klowersage. Das ist die Klowersage, das ist der Klowersage. Die Klowersage werden bei der Klowersagen die Klowersage werden am Klowersage ich sag nicht man muss hier ins wasser 600 hp sinkt extrem zu kalt hier hier geht es weiter da geht es nicht weiter das ist das ist einfach das ganze was hier ist sieht es schon mal interessant aus und ich hoffe jetzt bauen nicht leistet ich 50 lüderweise so ein scheiß oh ok da geht es anscheinend echt weiter hp sinkt kontinuierlich ja sogar nicht nach esse sogar wenn ich nach ist also bräuchte ich irgendwas um die kälte da zu wurschteln es ist ja jetzt ist auch dunkel der 20 22 wie ihr seht sind es jetzt nicht ja so da rein da ist die höhle wollen wir wollen wir zu zweit bleiben oder so bill wie oder ist das sind da gar keine tiere ja auch pelzrüstung kann ich so mischen mit meiner riotrüstung und ich kann mir auch da gibt es doch bestimmt so ein food was man da kochen kann gegen meinst du nicht egal dann kann ich mir zumindest ein pelzding holen von zu hause mal aufschreiben hier cool 24,9 für alle die es auch interessiert seht ihr die koordinaten das ist echt hier bei uns direkt wo wohnen wir wir wohnen doch hier oder nicht ja das hier ist das hier ist unsere habe ich vor ja game over habe ich schon voll bock drauf aber jetzt habe ich endlich das gefunden wonach also nicht ich sondern schön bill wie danke noch mal drei stunden gesucht habe hier und dabei ist es so einfacher boah wie stark ist der denn stimmt zum max level fiel ich da ne doch nicht das vieche muss man doch extrem im dunkel sehen ein kumpel helme wie komme ich an den ran ich glaube ich schon mal habe ich welche getrockt gesehen oder so ja so eine mischung als rietrüstung und pelz wenn ich mal da anziehen wenn da gar keine gegner sind geht auch nur pelz ich dachte es nur in der gegenseite ist jetzt schwierig ich würde auch stimmen wenn ich so ein schmarrn mitnehmen pelzmantel ich weiß gar nicht mehr hier eingebaut habe auf jeden fall ich weiß nicht ob das reicht für eins aber mit dem hell wäre es doch viel cooler ist es mit dem shadow stake nicht nur so wenn du kurzzeitig die sonne siehst dass du dann kurz hell bist hast hast wie heißt es für brusthose müssen passen erst mal das ist kein skin das ist das ist eine sattel mod und damit du erkennst welches welche mod auf dem sattel drauf ist leuchtet er so komisch blau ist speed rot müsste damage sein gelb müsste ausdauern und so weiter dann leuchtet er die ganze zeit jo jetzt mehr habe ich halt nicht das ist glaube ich das höchste was ich jetzt haben kann wie kommt man seinen kumpel helme dann meine ach da einfach lernen cool ja genau saddle utility mod ja okay gut 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 fabrikator bin da 30 electronics könnten wir haben ja 35 als reserve noch eins vor schon mal ziehe so ein ding nicht angehabt komm stell her ja lol ach so bei der xbox gibt es dann die mods nicht hält das licht unendlich das ist ja cool wusste ich gar nicht ich hab ich dachte ich wusste schon dass es den helm gibt aber ich hab das nicht genutzt bei 7 days habe ich es immer genutzt gehabt den helm aber ich hab ja wb ja und die höhle auch gefunden will wird sie gefunden wunderbar Es scheint kein Tier drin zu sein, aber trotzdem. Mal anschauen. Dann, ähm, kann man den auch ausmachen, das Licht. Nein, nicht Tee drücken. Ach du Scheiße, Alter. Das ist normal Tee. Ne, J ist, achso, ne, J ist alles. Ja. Müsste vielleicht reichen, die Kälte. Keine Ahnung. Ist jetzt nachts, aber wird eh schnell Tag hier. Ansonsten könnte ich ja noch ein bisschen Pelz holen. Oh, da haben wir Pelz. Ach stimmt, ich könnte meine, meine Batman-Witze oder Leuchte die. Warte mal. Nö. Leuchte gar nicht mehr, schau. Geht nicht. Ist das Licht aus? Wisst ihr? Wenn ich eine Cappy drüber setze, dann geht's nimmer. Ja, Ben, Servus, Gäste. So, was wollte ich noch mitnehmen? Na gut, wenn keine Täter sind, ist es eh egal. Trotz sind mich ein paar Stimberrys mit, falls mir irgendwas passiert. Dann guckt wir auch nicht schlecht. Die Scheiße, was ist voll laut hier. Ich finde das voll toll, wie ich sie mit diesem Lichter. Hast du schon mal so meine Helm auf gehabt? Ja, natürlich. Ach, da ist nur die Flaschen. Ich in einem anderen Spiel schon, aber in dem nicht. Was sind die verfluchten Bären? Ich habe gesagt, ich habe gar keine Bären. So, ich habe die einen Ordner drin gehabt hier. Rexkin Helm. Das ist eine Sattel-Mod. Je nachdem, was für eine Mod auf den Sattel drauf getan hast, leuchtet es. Rot ist für Damage, Blau ist für Speed, Gelb ist für Ausdauer und so weiter. Ich finde es cool. Das ist echt bei unserer Base, kein direktes Ding. Echt? Du fliegst einfach von unserer Scheune hoch und dann ist es da direkt. Deswegen überlege ich jetzt vielleicht mit einer Katze hinzugehen. Der Vogel ist auch passiv. Der wird ja sonst angriffen. Die Katze kann sich ja wehren. Aber ich habe glaube ich den Katzen-Ding nicht hin. Ich müsste schon wieder umattachen. Das ist ja nicht für mich, das ist ja glaube ich für... Doch, für den Helm. Apropos Rexkin. Ja, der geht. Hast du schon den anderen Skin aufgesetzt bei dem Rex? Den Knochen-Skin oder was du da gefunden hast? Nee. Ich weiß gar nicht mehr, wo der war. Nee, das geht auch nicht. Du kannst keinen Skin machen. Läuche nicht mehr, ist ja klar. Ich dachte, das wäre der gewesen. Aber der war glaube ich im Tier drin. Indies mit hier rein. Das da. Zum Vogel raus. Das auch rausnehmen. Mal schauen, dass wir noch ein paar Sachen von dem Farm, dass wir mehrere haben. Ist das ja nicht leichter? Ja gut, einerseits finde ich es nicht schlecht. Ich muss jetzt nicht über den Skin haben. Wäre komisch und einfach aus dem nichts ein Licht leuchtet. Wäre ich ja voll der Strahle, Mann. Ach, du auch nicht, oder wie? Kommst du auch nicht drauf, Schlücher? Was hast du denn für einen Fehler? Wie gesagt, ich kann den Server innerhalb von 5 oder 10 Minuten alle Mods neu laden lassen. Aber bei Bilbi klappt es keiner sein, dass bei euch beiden irgendwie das gleiche fehlerhaft ist. Du hast ja nämlich die Map komplett neu geladen, gell? Die Shigo. Musst du ja. Ich habe Shigo nur geupdatet. Ja gut, das ist ja fast wie neu laden. Ui, das ist ja krass. Wow. Gut, das kann man jetzt ein bisschen heller machen für euch, sonst seht ihr ja gar nichts. Also, um zu ihm ist es ja ganz dumm. Machen wir 2,5. Das ist ein bisschen was seht, aber nicht ganz so... Wie, falsche Mod-Version. Hat sich jetzt irgendwas geupdatet? Wir haben doch gerade eben neu gestartet, das Ganze. Wollt sie mich verkack-eiern. Nö, ist alles aktuell, Schlücher. Da musst du bei dir was updaten. Das Einzige, was geupdatet wurde um 21.25 Uhr, ist hier die Stargate-Dings da. Und wenn Baby draufkomme, ich komme drauf und musst du dann schauen, bei dir vielleicht nochmal neu starten. Ach, Herrgott, was blinkt denn das Ding jetzt schon wieder die ganze Zeit? Sei doch mal still da. Also, so wie ich das gesehen habe, muss ich hier hoch. Ist da ein Rex? Ja, da ist ein Rex. Ein Abinorex sogar. So, ich muss hier hoch. Ich schaue mir gleich die Koordinaten, dann ich gucke nur, dass ich ungefähr so hingehe, wo ich mir das gedacht habe. Kann ich hier Stall noch rum mit der Katze? Nee, das ist zu Stall, oder? Ich würde mit der Katze hin, also die Katze nicht im Höhleneingang stehen lassen, die sie spawnen vielleicht, sondern ein bisschen weiter weg. Ein Vogel wäre mir zu gefährlich, da stehen zu lassen. Na, kommst du? Ja, dann nicht mehr so weit von hier, ich weiß doch nicht. Ich meine, die Koordinaten habe ich ja noch. Also, noch Rex. Also, schauen wir mal, ich habe mir aufgeschrieben die Koordinaten. Ui, was ist das? Hm, 44, 20, 9. Toll, ich stehe direkt davor, fast. Ich bin 39, 4 und 20, 9. Tja, läuft. Also, müsste das genau hier sein? Der Eingang, oder nicht? Äh, eigentlich mit niemand. Also, ich, nur ich bin hier. Wenn du andere Stimmen hörst, stimmt wohl irgendwas mit dir nicht. So, ich lasse mal die Katze hier draußen. Stell sie aber auf neutral. Mal gucken. Habe ich Stimberries? Habe ich. Falschem habe ich auch. Und dann gucken wir mal. Habe ich. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, apropos keine Tiere. Das sind Spinnen. Okay, ich habe keinen Bogen dabei. Ich habe nur diese Scheiße. Da sind die Dinge da. Gut, das kann ich lassen. Das heißt, ein paar Spinnen, mehrere, oh mein Gott. Und ich habe nur 119 Stimmen bei uns dabei. Was für ein Penner sagt mir, das sind keine Tiere. Ich habe nur die Tiere. Und ich habe nur die Tiere. Und ich habe nur die Tiere. Hast du geguckt, da ist einer drin? Echt? Ja, klar. Ich weiß, wie ich herausfinde. Sterben und den Betz bauen. Und die Sachen neu bauen. Ein bisschen heller für euch. Ja, okay. Dann warte ich damit noch. Da war ich nämlich auch gerade dabei, Schleicher. Naja gut, Schleicher sagt ja nur verschiedene Modversen. Da musst du vielleicht eine modden und nur geupdatet werden. Und bei dir ist das anscheinend ein größeres Problem. So, wenn ich jetzt hier runterspringe. Bist du tot? Komm, Fledermäuse. Was meinst du? Es gibt ja einen Befehl, wenn man nach... Ach so, du willst wissen, ob ich das nicht mehr rauskomme. Was ist das für ein PC? Du hast es, meinst du? Wenn ich jetzt hier runterspringe. Wie komme ich dir wieder hoch? Ach so, hier geht ein Weg runter. Ach so. Auf jeden Fall sind hier Eiskristalle Keksi. Okay. Im Eisding. Spinne. Spinne Inc. Ich habe halt gar keinen Range Ding. Also ich habe schon meine... Ich könnte ja alle betäuben. Ja, super. Ich könnte ja alle betäuben. Okay. Aber es sind schon nicht wenig Kristalle hier. Immerhin haben wir das... ...gemacht, was ich heute wollte. Mit dem Eiscape uns anschauen. Wow. Also fängt jetzt quasi erst der Stream mit Shigo an. Willkommen. Na, fast vier Stunden. Ja. Leute, ich versuche echt schon fast vier Stunden in den Scheiß zu laufen zu kriegen. Und ich wollte eigentlich nur vier Stunden arg machen. Und dann muss ich was anderes machen. Ungefähr so meine Zeit, wo ich die Geduld in einem Spiel verliere mittlerweile. Nach vier, fünf Stunden. Bei Trackmain habe ich Sex ausgehalten. Da bleibe ich mich schon wirklich aufgeregt. Nach der Zeit. Immer das Gleiche doch probieren. Da wird es wahnsinnig. Ah, da kommt noch einer. So ein 69 AD. Ist das ein AMD oder was? Also immer nach mir ein Kumpelhelm auf. Ob ich tief geht denn das noch hier? Also klein ist sie jetzt nicht. Im Vergleich zu seiner ersten Höhle hier. Aber bis jetzt ging es jetzt schon linear. Sehe ich dann auf dem Rückweg, wie linear das war. Scheiße, hier geht es links und rechts. Du wirst nie wieder zurückwenden. Fledermäuse. Auf jeden Fall sind hier überall solche komischen kaputten Brücken. Ich gehe mir dann links. Niemals wieder wirst du zurückwenden. Niemals. Ich erwischt die gar nicht richtig hier. Ja, es sind ja auch so krass hohe Tiere hier. In der 92er. Ja, noch mehr Spinnen. Ist ja gut jetzt. Du hättest das doch ruhig auch nochmal im Channel posten können. Hattet ihr da was geflüstert im IT-Fachmann? Ich habe eine Flüsterallergie. Oh, meine Rüstung. Aber warte, es ist doch jetzt mittlerweile nicht mehr so kalt, oder? Zwei Grad. Ich würde dann lieber die Ride-Rüstung anziehen. Hält doch mehr aus. Das ist schon okay. Keksi mag Lust, dann hat er gesagt. Das passt. Schauen wir mal weiter. Also ich würde mich mit der Range hoffe schon etwas wohler fühlen. Das ist schon wieder zu kalt. 37. Ja, doch sinkt. Schade. Braut auch noch ein bisschen wärmer. Wie schaut es aus mit Range-Sachen? Ne, ich habe nur das zum Betäuben. Seht ihr irgendwas, was ich Range benutzen kann? Na. Na dann. Weiter geht's. Ich glaube nicht, dass es hier den Yeti gibt. Der Yeti, der ist doch nur auf Sea Island. Das muss mich verrückt machen. Der klatscht mich sofort. Tja. Siehst du, Keksi, was sagst du zu dem Prozessor? Zum 6-Kern-AMD. Der eigentlich dann am 3-Kern ist. Dass ich keinen AMD mag. Was mir auffällt, das sind noch keine Schlangen hier. Wow, 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 wow. Ist ja gut, ist ja gut. Wie viel denn noch? Oude, oude, oude. Wenn die auf dem Rückweg alle spawnen, zeitgleich bin ich gearrscht. Ich bin jetzt schon gearrscht. Wie sind's denn hier? Ich hatte halt nur Probleme mit AMD bei meinem vorherigen Rechner. Das hat mich irgendwie fürs Leben geprägt. Aber an sich ist hier bei weitem nicht verkehrt. Ja, ja, aber das ist doch, das ist doch nicht Sea Island. Das ist doch, äh, Gedönse hier. Mal kurz warten, dass, das Ding, wenn ich, wenn ich, wenn ich das Unfall falle, ich halt um. Aber. Topor steigt zu stark. Das krasse ist, in den Höhlen ist der Respawn ja heftig. Ja, ich meine, wenn ich halt nie wieder zurückfinde, ist ja scheißegal. Geht darum, nur, um euch das zu zeigen. Und die Rüstung kann man ja wieder craften. Ja. Und zu viel Stimberries kann ich auch nicht nehmen. Ich habe nämlich nur zwei Flaschen dabei. Eine halbe Stunde getrunken. Adi, gräste. Wir würden das neu machen. Stimmt, bei Dörr hast du ja auch Probleme. Du konntest nicht mehr spielen. Bei 50% Torpa, glaube ich, fällt man um. Also bei 100% muss ich umfallen. Genau, in dem neuen Ice Cave, Yeti. Bei 237 auf Sea Island. Und umgefallen. Jetzt bete ich nur, dass das jetzt keine Spinnerlose kommt, aber doch Torpa singt wie der Schaum. Ich wollte jetzt nicht zu viel Mamm von hier. Ich werde schon wieder aufstehen. Wenn ich jetzt angegriffen werde, bin ich halt gearscht. Und was soll's. Kekse will ja nicht mit mir mitkommen. Ich werde gerade irgendwie ein Rauschen im TS. Hat wer was gesagt? Diese Stimme in meinem Kopf, sie redet manchmal und ich höre ihr gar nicht zu. Und aufstehen. Moin. Mmm. Ohne Momento, guys. Ich habe diesen zu großen Cave, das könnte ich mich dann verstecken. Ha. Ich kann sogar her, hinstellen, sehe ich gerade. Ja, David X12 ist schon vollkommen in Ordnung. Alles schön, alles toll. Nächstes Mal, bevor ich irgendwie umfalle. Setze dich in den Käfig. Setze mich in den Käfig, aber der ist zu groß, ey. Der bist zu knastig, ex. Der Mann in der Höhle im Käfig, nenne ich mich dann. Okay. Ice Crystal Cave, wow. Da bin ich noch auf der Map hier. Ist doch direkt bei uns. Gut, dass ich ja mein Käfig dabei habe. Mein Käfig und ich. Haben wir schon viele Sachen erlebt hier. Du und deine Käfig-Spielchen. Ja. Ich will nur noch die Handschellen. Halt, warte, die gibt es ja auch. Und die gibt es auch, ja. Alter, es gibt hier mehrere Abzweigungen. Ich werde wahnsinnig. Aber ich weiß, es muss nach oben gehen. Ich bin jetzt nur nach unten gelatscht. Fledermäuse, spinnen. Oh, jo, 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 jo. Die Fledermäuse trifft man halt nicht gescheit. Die Flinge hat so behindert. So, drum. Spinne kommt. Also, ich finde, ich soll noch mal zurück und mir Range-Dinger holen. Range-Waffen. Bin ich jetzt eingesponnen oder was? Nee. Was sagt sie? Zurück Range-Waffen holen. Was ist denn die andere blöde Fledermaus? Für Käfig-Schweine rein ist, glaube ich, Käfig-Dose 06 immer zu haben. Da ist die Fledermaus. Hier schaut es in meiner Rüstung aus. Ah, na ja. Ein Drittel. Echt? Ich dachte einfach an Compound-Bau und ein paar Dinger. So klassisch. Weil, ich weiß nicht, schießt es auch in Arc. Klar, werde ich vielleicht weiterkommen, aber. Ich meine, das Problem wird nur sein, dass du es im Kopf und dann stehe ich hier nackt da. Ich bin jetzt hier Mario Jumping, oder wie? Äh. Na? Jetzt bringe ich da oben, da ist nix, dann haue ich jemanden. Ja gut, da schon, klar. Aber ich, ich, das ist ja nicht hier so. Das ist ja nicht die, die Island. Deswegen. Jetzt bin ich halt hier oben. Na nun. Was mache ich hier? Drum schauen, oder was? So, Keks, jetzt wird es langsam Zeit. Ja. Oh, der Baby, dass du... Du hast das Cave gefunden, also stell dich dem. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich da hochhaben müssen. Da ist nichts. Ich glaube, hier ist echt Sackgasse. Aber es ging noch einen anderen Weg. Wenn ich hier zurückkomme. Aber da du dich gerade meldest, Zerkling, würde ich doch gleich bei dir anfangen. Weißt du, was kacke wäre, wenn der Helm kaputt gehen würde? Wow. Der ist auch nicht mehr so frisch. Ne, hier geht es im Kreis. Ich bin aber hier hochgekommen und hier geht es auch nochmal hoch. Aber warum geht es hier hoch? Hier ist doch nichts. Okay, ne, ich glaube, das müsste Ende sein. Also, ich bin... Also, hier bin ich hergekommen. Ach, von da... Oh, achso. Ach Gott, wenn ich hier lang gehe, komme ich da hoch, wo ich hergekommen bin. Ja, genau. Von da bin ich gekommen. Und hier ist die eine Seite. Da, wo ich gerade klettern war. Ja, das war's. Ja, gut, Keksi bekommt ja gar keine Fehlermeldung. Das ist ja das Schlimme. Okay, und hier bin ich hochgekommen. Ne, ja, hier ist es, genau, ist es im Kreis da, genau. Ja, genau. Ich habe einfach keinerlei Fehlermeldung. Ich brauche nur ewig zum Einloggen. Und ewig zum Einloggen. Und ewig zum Einloggen. Und nachdem ich dann versuche einzuloggen, passiert einfach gar nichts. Ich glaube, das war's schon. Theoretisch. Keine weitere Abzweigung. Und jetzt geht's hier nochmal hoch. Und das war's dann schon. Hier sind die ersten Viecher gespawnt. Theoretisch. Vielleicht auch praktisch. Hm. Jetzt geht's hier wieder runter. Achso, ne, das passt schon. Hier ist dann der Anfang. Mhm. Du wirst dich einfach auf ewig verlaufen. Ja, auf jeden Fall. Du wirst nie wieder herausfinden. Warum auch aus solchen draußen nicht hier drin bleiben kann? Ja, ne, das ist ja schon dunkel da drin. Ja, draußen ist auch dunkel. Aber nicht so schön dunkel. Hi, Pauli. Grüß dich. Willkommen. Schön, dass du da bist. Ich mach da einfach so. So, also. Schafft haben wir's. Toll, das ist aber auch super. Dank, wellig. Schon, gell? Schon böse. Hagelst da jetzt? Oder ist das Schnee? Schnee. Ich werde es trotzdem nochmal zurückgehen. Ich gehe nochmal kurz zu Schiffen und dann gehen wir nochmal zurück. Bewaffnet. Dann können wir noch ein paar anderen Gängen suchen in den Gängen. So. Guck mal wieder. Ne, du hattest nur einen Erlaubnis, Schiffen zu gehen. Echt? Das ist nicht gleich alles? Ne. Achso, der hat mehrere Probleme. Ja, also. Das ist halt eine lange Liste. Aber mein Problem bei ARK wäre zum Beispiel, dass ich momentan nicht mit dem Server connecten kann. Och, Morgengrau. Echt jetzt? Gratulation zu 160 Mal Schiffen. Kappa. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017